Die HMS ist ein sehr guter Ansprechpartner zum Thema Weiterbildung, weil eine enge Verzahnung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hier stattfindet. Ich finde, dass eine Hochschule ein Ort sein muss, wo man diese Diskussion führen kann, weil wir das in den Unternehmen häufig nicht können und weil die Unternehmen auch miteinander nicht sprechen können. Und dafür sind Universitäten, Hochschulen da, dass wir so ein Zentrum bilden, wo man sich kritisch mit Themen auseinandersetzen kann und wo man aber auch sich forscherisch mit den Themen auseinandersetzen kann. Das Tolle am Online-Marketing-Camp ist, dass es Praxis und Theorie gut miteinander verbinden kann, weil einfach eine extrem große Zahl an Referenten hier präsent sind, die die verschiedenen Bereiche im digitalen Markt gut abdecken. Die Schule steht für sehr praxisnahe Ausbildung, aber gleichzeitig auch irgendwie glaubwürdige Weiterbildung mit einem universitären Zertifikat und nicht irgendwie, da hat sich jemand was ausgedacht und legt mal los, sondern schon auch fundiert. Musik 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 Die HMS ist halt auch ein sehr professioneller Partner, wenn es um die Durchführung von Weiterbildungsangeboten geht. Von daher ausgezeichnet, weil es nichts anderes gibt in dieser Art in Deutschland und so weit ich weiß auch europaweit nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020